Wir bedauern, dass es da zu dieser Bewertung von polnischer Seite gekommen ist. Die Suche nach den Ursachen für das Fischsterben in der Oder ist ja nach wie vor nicht abgeschlossen. Mittlerweile gibt es mehrere organische und anorganische Substanzen, die dafür verantwortlich sein können. Es scheint sich da wirklich um einen Chemie-Cocktail zu handeln. Darm und Fischsterben, damit beginnt es schön einfach. Keine dieser Substanzen hat nach unseren bisherigen Erkenntnissen allein zum Fischsterben geführt. Es ist weiter davon auszugehen, dass es sich um ein multikausales Ereignis handeln könnte. Von keiner Seite und zu keiner Zeit wurde in Deutschland aber behauptet, dass die Pestizide allein ursächlich für das Fischsterben gewesen seien. Was? Vielen Dank.